Einen Platz rauf für Alvaro Soler auf der 5 Machia. Top 20, this is the brand new shit. Der Brutabot, den hat sie schon gewonnen mit ihren Hits, dominiert sie die Playlisten. Über 4 Milliarden Streams gehen bisher auf ihr Konto und jetzt ist sie wieder zurück. Mabel, vielleicht sogar nächste Woche schon in den Charts bei uns in der Wertung der Antenne Kärnten Top 20. Und das liegt wie immer an euch. Soll sie dabei sein, dann jetzt kicken und voten auf Antenne.at für unsere zweite Neuvorstellung in dieser Woche. Mabel, let them know! Prime Day am 21. und 22. Juni. Freut sich auf zwei Tage voller Angebote. Bald ist es soweit. Jetzt Amazon Prime Day klicken wir, Vorteile genießen und Angebote nutzen. Prime kostet 7,99€ pro Monat. Infos unter Amazon.de slash Prime. Beef! Chicken! Beef! Hey Leute, was ist denn? Wir diskutieren welcher McFirst die Nummer 1 ist. Ich würd' sagen... Ex-Öko! Und schlagbar gut. Dein McFirst Chicken oder Beef Menü von McDonalds. Um 4,90€. Unverwendliche Preisempfehler. Immer wieder besser oder billiger. Für alle. Das ist ein gemeinsames. Das hat so eine unglaubliche Kraft. Mit Rollungen von Tom Neuwir. Einem Auflaut Pride-Spezial. Den FM Queer-Podcast. Da ist es einfach schön, dass man einen Monat lang das feiern kann. Und natürlich FM4 mittendrin in der Regenbogenparade. Heute. Wir sind laut, wir sind da. FM4. Your Pride Radio. You wanna go to Hollywood. Easy cause I don't. You told me that I need, I should. Keep time. Hey. Für das gerade eben gehörte Lied könnt ihr abstimmen, wenn ihr das so möchtet. Jetzt drücken wir auf FM4, ORF, AT. Die Gruppe Schabernacht ist das gewesen. Zurück zum regulären Programm ist es hier jetzt. Unspecht.